V.E. Kiefer wird entschürzt, der Motor, andere ausgefahren. Und jetzt fährt der DeLorean mit der Starke-Hauserie wieder von oben. Es ist günstig, der Eisner Timmerste, der Airener der Welt, für den zwei, drei, 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 drei. Also, man kann es nicht mehr so machen, wer immer so leiser ist. Und der andere, wir machen es weiter. Vielen Dank für's Zuschauen.